Ich bin Jonas Zeibl, bin der Zehnte und spiele für den Rappers-Villonen-Lakers. Eishockey ist mein Leben. Ich mache das schon mein Leben lang. Es hat nie eine andere Option gegeben. Ich bin jeden Tag auf dem Eis. Es macht Spass. Ich habe Freude daran und will immer auf dem Eis sein. Wie wir es geplant haben. Ich hätte mir gewünscht, dass ich schon früher Fuss fassen in der nächsten Liga. Es kommt darauf, wie du rausgehst. Ob du immer positiv bist oder nicht. Wenn du positiv bist und immer weitermachst, dann kommen auch wieder bessere Zeiten. Seit der WM bin ich wieder zurückgekommen. Ab dann war ich wieder hier. Ich habe meine Chance bekommen. Ich habe mich relativ gut genutzt. Bis jetzt läuft es sehr gut für mich. Ja. Die besten Eishockey-Dokumentationen. Jetzt in der MySports App. Jetzt in der MySports App. Jetzt in der MySports App.